So, jetzt habe ich dir mal den Kehl gestohlen, Farkas! Bleib in deinem Sack, ey! Noch so einer? Kommt die schon zu dritt, oder wie? Ausdauer und... ...das andere Zeug Also wenn ich schon so gerade kämpfe, wie ich kämpfe... ...dann... ...von hinten... Ja, mächtiger Angriff aus dem Stand! ...das sollte ich dann auf jeden Fall nehmen! Ich gehe jetzt mal da hoch... Wie viele sind das denn noch? Ich werde euch in Stücke reißen! Wie schön, dass der da hinten einfach nur zuguckt! Fertig? Wow! Wie sich jetzt wirklich alle Gräber geöffnet haben! Hätten die sich mal alle gleichzeitig geöffnet, dann hätten sie uns wirklich überrannt! ...dö... Through... ...dö... ...dö... Nichts. Nichts und Nichts und Nichts und Nichts. Das war ein anstrengender Kampf. Kommst du, Farkas? Ja, er kommt. Er kommt. Ey, wer hat das da vorne hingestellt? Wo habe ich die Truhe übersehen? Ah, der Ausgang. Meredia! Verachtet Untote! Wenn das so ist, sollte ich da gut mal einen Besuch abstatten. Na, Farkas? Wir müssen nach Yorvaska zurückkehren. Was ist eigentlich die silberne Hand? Schlechte Menschen, die keine Wehrwölfe mögen. Also mögen sie uns auch nicht. Und die Gefährten sind also Wehrwölfe? Nicht alle. Im Zirkel jedoch schon. Ein Geheimnis für alle anderen. Und ich kenne euer Geheimnis jetzt. Egal, gehen wir zurück nach Weißlauf. Mit Schnellreise. Wieso ist das markiert? Was? Vollgum-Tour. Ich hätte irgendeine Quest gerade bekommen, warum auch immer. Ach, mein Ding. Zum nächsten Mal. Wer? Es ist doch niemand! Er hat mich zu verarschen! Erstmal! So! Trautes Heim Glück allein! Wobei, das ist gar nicht meine Heimat! Oh! Meine marktlosen Granatsteine muss ich doch hergeben! Okay! Na, da haben wir 15? Es reicht nicht! Wackers, es reicht nicht! Wackers, es reicht nicht! Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Starst du auf die Mauer, oder...? Warte, ich muss die Welt mal mit deinem Blickwinkel betrachten. Was? Ja, du stehst. Wieso stehst du auf die Mauer? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Na komm, Farkas. Gehen wir! Zu! Hallo, Freya, mein Schätzchen! Es ist ein... Sie lebt, es ist immer ein Vergnügen. Seht ihr euch einfach nur um, oder...? Hat die gerade gesagt, Hallo Freya, mein Schätzchen? Die Göttlichen sind euch holt, mein Freund. Und... Merkwürdige Dinge passieren hier. Egal. Farkas. Ach, da kommt er, da kommt er. Andere Seite. Außenrum. Ja. Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Diese Frau hat erduldet, hat herausgefordert... Und Papa gestorben! Wer wird für sie sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu ihrem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihr stehen, auf das die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihr zu Ehren eure Schwerte erheben? Sie ist bereit, das Blut ihrer Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in ihrem Namen erheben? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in ihren Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Mein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den fernen Tagen grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen wiederhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun Mädchen, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Ja, hoffe ich auch. Stimmt es eigentlich, dass ihr Werwölfe seid? Wie ich sehe, hat man euch verfrügt in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Es trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Und ihr findet also keinen Gefallen daran, Godlock? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont, nach Sovengabe. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteil lassen wird, wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum Daedrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovengarde. Ihr solltet den Umgang mit einer kleineren Waffe erlern. Aber solange ihr ein Werber seid, werdet ihr niemals Sovengarde zu Gesicht bekommen. Weil Hycine dann eure Seele verlangt. Habt. Ist natürlich von der Lügenkant Sophie heilen. Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Zapferkeit feiern. Checken Zapferkeit! Und schreibt mit Ehrlund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt, als was auch immer das ist. Hehehehe! So schlecht ist es überhaupt wieder nicht! Und warum ihr seine Intelligenz? Ihr wisst, dass ich Hämmer und Äxte mag. Ach. Sind die nicht langsam? Ich kann manche Nächte daran... Nur einmal zu... Aela! Ich hätte gerne eine Aufgabe von dir! Da bist du ja. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Ja! Mein Schild hat einen schlechten Griff. Könntet ihr euch das bitte mal ansehen? Lasst euch nicht einschüchtern, Schwester. Wir beide wissen, wie man einen kühlen Kopf behält, während die Männer sich von ihrem Herz beherrschen lassen. Bei unserer Schönheit? Der Jarl von Falkenring hat uns um Hilfe gebeten. Ach, herrje! Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Ah, gut. Seid vorsichtig! Tiere sind bei weitem nicht so berechenbar wie Menschen. Schenkt dem Vieh einen schnellen Tod! Wo genau ein Falkenring? Knochenfrostpassage. Knochenfrostpassage. Wo ist die? Knochenfrostpassage bei Helgen. Eigentlich hätte ich ja nicht vor, in der nächsten Zeit in Richtung Helgen zu gehen. Wenn ich vom Weisenfelsen... Nach Helgen und dann zur Knochenfrostpassage... Dann trage ich das in meine Reiseroute so ein, dass ich nach Helgen hier hingehe. Wir müssen ja noch vom Weisenfelsen Nesselfluch holen. Aber das dauert noch eine Weile. Das dauert noch eine Weile, bis wir das machen. Ich habe da schon mal eine Reiseroute im Kopf. Und das muss ich dann später hinzufügen. Ich frage mich, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Ey! Willst du es herausfinden? Es ist gut, eine weitere wachsame Schildschwester in der Halle zu haben. Kommt zu mir, wenn ihr Probleme habt. Okay! Aber jetzt geht es erstmal wieder hoch zu mir. Geht es nicht. Ich sollte vielleicht ein bisschen verkaufen. Inventarzeug. Ja, machen wir das erstmal. Habe ich eigentlich wieder irgendwelche neuen Zutaten, die ich fressen kann? Ja, die fehlt an. Ich wollte schon immer Mamos essen. Menschliches Herz. Ich bin eine Elfe. Es ist nicht Kannibalismus, oder? Gesundheit senken. Ja, es ist keine Menschenherzen. Unsichtbarkeit. Von Vampirstaub. Ja! Guck mal, Gäste. Ja, du wirst es nicht wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, mir würde es gefallen, wenn du die Klappe hältst. Aber das wird niemals passieren. Oh, meinen eigenen Tisch! Man fühlt sich befrost. Ausdauer sinken, verstärken, wiederherstellen! Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe... Ah, habe ich mein Level Up. Sehr schön. Sehr schön. Beschwörung verstärken. Kann man immer gut verkaufen.